Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Hinter der Kamera steht mal wieder wie immer die Jajok und wir wollen heute mal wieder einen Dalgona Kaffee machen. Haben wir ja noch gar nicht gemacht. Aber wir machen heute mal eine neue Variante und zwar wollen wir heute eine Mangoda mit einbauen, bisschen Vanillezucker und ja den Rest zeigen wir halt währenddessen. Da ich ja nicht der Spezialist bin für die Avocados schneidet Jajokdi heute. Immerhin kommen die wunderschönsten Mangos aus Indonesien. Das ist natürlich gar kein Vergleich mit dem was wir hier bekommen. Aber wir machen das trotzdem heute hier mit. Ich weiß gar nicht warum ich immer Avocado sagen will, weil wir nachher noch was mit Avocados machen wollen. Deshalb sage ich den ganzen Tag immer Avocado. Also jetzt kippt sie die so auf. Geil oder? Ich finde es toll. So jetzt hat sie es euch gezeigt wie man das macht. Wir machen das jetzt mal eben schnell mit der anderen Hälfte auch und dann melden wir uns wieder. Einfach nur toll. So klasse. Wir nehmen das jetzt alles da raus, das Fruchtfleisch und tun das alles in mein Gefäß, was ich hier vorne schon stehen habe. So jetzt haben wir das ganze Fruchtfleisch von der Mango von der Schale runter geschnitten und ich tue mir das jetzt hier schön in meinen Becher hinein. Okay, so ich habe mir jetzt gerade noch überlegt, ich mache da noch mal ein bisschen Limette rein. Ich bin auch ein bisschen dumm. Also normalerweise rolle ich die immer so vorab noch mal eine Runde. Das habe ich jetzt heute Morgen mal eine Runde vergessen. Jetzt ist die natürlich auch so mega fest. Kommt davon, ich glaube das reicht aber auch schon. Wir wollen das ja nicht nur sauer haben. Dann tue ich da jetzt gleich noch ein bisschen Vanillezucker obendrauf und ein bisschen Zucker, dann Milch und dann werden wir das mal kurz mit meinem Zauberstab durchpürieren. So ein bisschen Vanillezucker. Das ist jetzt mal eine neue Sorte, die ist ein bisschen teurer von dieser Firma mit dem Doktor drin. Ich will die mal ausprobieren. Mal gucken, wie die ist. Ich glaube, die ist ganz gut. Dann tue ich da jetzt mal ein bisschen was von Zucker rein. Wir haben ja gerade auch ganz viel Säure da rein getan. Und dann fülle ich das jetzt mal mit gekühlter Milch ein bisschen auf. Und dann werde ich da noch zwei Stücke Eis, wenn das angequirlt ist, noch zwei Stücke Eis reinschmeißen, damit es richtig kalt wird. So wie viel brauchen wir Schatz? So viel sollte das schon sein, ne? Ja genau. Alles klar. So, dann werde ich das jetzt mal ein bisschen anquirlen. So einmal kurz durchgequirlt habe ich jetzt schon. Das ist alles schön zerkleinert. Jetzt habe ich da Eis mit rein getan. Das werde ich jetzt auch noch kurz mit zerkleinern. Dann ist das gleich hier super kalt und schon schön aufgeschäumt und dann machen wir eben schnell den Dalgona. Wir haben jetzt schon mittlerweile so häufig Dalgona Kaffee getrunken, dass wir schon wieder ein neues glaslöslichen Kaffee brauchten. Wahnsinn. Es ist aber auch so super lecker. Ich liebe das so dermaßen. Kleiner Trick. Wer eine Senseo Maschine hat, kann ja mal eben schnell sich da heißes Wasser machen. Da muss man sich nicht irgendwo heißes Wasser aufsetzen, weil da kriegt man ja wunderbar heißes Wasser her. So, jetzt nehme ich zwei Löffel Instant Kaffee. So, und dann mache ich mit heißem Wasser. So, reich. So, muss richtig umruhen. Dann kann man alles so los. Genau. Alles richtig schön auflösen. Ja, genau. Und dann nehme ich jetzt Zucker. Zwei Löffel Zucker. Und wo ist dein Löffel? Große Löffel. Also, so. Ja, ungefähr. Ungefähr. Ja. So, jetzt. So, und jetzt schlägst du das mit der Maschine eben schnell auf. Genau. Dann bekommen wir ein schöner Karamell. So, wir kriegen richtig fester Karamell Kaffee. Klasse. Klasse. Sehr schön. So, für die heiße Jahreszeit schön viel Eis ins Glas. So, dann haben wir hier unseren gemixten Mango Smoothie, den wir hier schön drüber gießen. Geil. Heute war ich nicht ganz so gerecht. Sehr schön. So, das sieht schon richtig cool aus. Und dann haben wir hier unser Galgona Topping. Endlich kommt der große Löffel. Ich fülle mir das heute alles mal hier in so einen Beutel. Und dann werde ich das schön mit einem Spritzbeutel da oben drauf tun. So, mal eben schnell einen Spritzbeutel improvisiert. Aus dem Gefrierbeutel. Und dann kriegen wir das da wunderschön drauf. Wow, richtig toll, oder? Schön. Ja. Sehr gut. Perfekt. Perfekt ist was anderes, aber ich finde das schon ganz geil. Ich glaube, ich kaufe mir mal einen richtigen Spritzbeutel. Dann klappt das auch richtig gut. So, wunderschön. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Grünzeug. Das machen wir oben drauf. Und dann brauchen wir noch zwei Strohhalme. So, unsere beiden Strohhalme noch und fertig sind unsere Getränke. Das sieht doch geil aus, oder? Ich finde das sieht super klasse aus und es wird auch super geil schmecken. Wir haben heute gemacht, ein Dalgona Coffee mit Mango Smoothie drunter. Ja, sollte euch dieses Rezept gefallen haben, schaltet uns wieder ein, abonniert uns unten. Und solltet ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen zu unseren Videos haben, schreibt uns gerne einen Kommentar. Ja, ich beantworte den super gerne. Dann sagen Tschüss und Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Dalgona Kaffee, weil einen habe ich noch. Ciao, ciao. Zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020